In diesem Schein ist Gold für etwa 100 Euro drin, und beide Scheine kann man verwenden wie Bargeld. Und wir alle wissen, Bargeld ist gedruckte Freiheit. Vielen Dank. Und lieber Herr König, wir alle wissen auch, dass wir hier nichts hochhalten, weil wir das Parlament des Wortes sind und nicht des Parlaments des Hochhaltens an diesem Rednerpult. Und darum gibt es einen Ordnungsruf. Wir haben das in den sämtlichen Ältestenratssitzungen und hier im Parlament in den letzten Wochen mehrfach gesagt, mehrfach wiederholt. Und es gibt dann irgendwann mal einen Punkt, wo es auch mal vorbei ist. Und ich es nicht mehr als mit einer Rüge, sondern dann auch eben auch mal mit einem Ordnungsruf versehe. Ich bitte Sie, dass wir in Zukunft hier nichts hochhalten. Das haben wir gemeinsam auch so vereinbart. Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kollegen! Liebe Zuschauer! Man muss der Union dankbar sein, dass sie den Digital-Euro ins Plenum bringt. Wir, die Alternative für Deutschland, haben schon im letzten Jahr zwei Anträge zum digitalen Euro vorgelegt. Unser Ziel ist es, das Bargeld als einziges gesetzliches Zahlungsmittel zu erhalten und die Einführung des Digital-Euro an das Votum einer Volksabstimmung nach Artikel 20 Absatz 2 Grundgesetz zu binden. Das kann die Union nicht, denn die AfD ist die einzige Partei, die Volksabstimmung auf Bundesebene einführen will. Die Union ist also in ihren Möglichkeiten beschränkt und fordert daher nur, dass der Deutsche Bundestag zustimmen muss. Mehr kann die Union eben nicht. Die Chaos-Koalition ist noch schlimmer. Sie will den digitalen Euro ohne jede parlamentarische Kontrolle einfach durch die EZB einführen lassen. Ein Mann aus der Weltgeschichte, welcher seiner Karriere dem deutschen Geheimdienst verdankt, nämlich Wladimir Ilyich Lenin, sagte einmal, um die bürgerliche Gesellschaft zu zerstören, muss man ihr Geldwesen verwüsten. Allein dieser Ausspruch zeigt, dass Währungen Sache des gesamten Volkes sein müssen und nehmen nicht die Entscheidung von Technokraten. Die EZB besteht aber nur aus Technokraten, und zeitweise hat Deutschland als größte Nation nicht einmal einen Sitz im Gouverneursrat. In den USA hat man diese Risiken auch erkannt und einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht. Der FED soll unter anderem verboten werden, Herr Zimmermann, digitale Zentralbankwährung direkt an einer Einzelperson auszugeben und zweitens die digitale Zentralbankwährung zur Durchsetzung ihrer Geldpolitik zu verwenden. Das soll, wie gesagt, verboten werden. Der Digital-Euro ist aus unserer Sicht ein weiterer Schritt in Richtung Virtualisierung des Geldes. Zusammen mit der EU-ID, einer möglichen Programmierbarkeit, Frau Tillmann hat es angesprochen, und einem Social-Credit-System, von dem vor allem Grüne sehr gerne träumen, können Horrorvisionen wahr werden. Die Behörden könnten begrenzen, wo, wann und was man damit bezahlen darf, jede Transaktion beobachten und aufzeichnen, dein Konto mit deinem CO2-Verbrauch und deinem Social-Credit-Score verknüpfen oder das Konto komplett einführen. Das alles wollen wir nicht, denn Freiheit ist das Einzige, was zählt. Sinnvoll wäre reales Geld, möglichst mit einer Bindung an natürliche Ressourcen. Die meisten Währungen heutzutage sind aber sogenannte Fiat-Währungen. Fiat ist Latein und bedeutet es werde. Es werde Geld. Der Wert eines Euros ist heute nicht definiert, denn es können durch politische Entscheidungen hunderte, einfach so, hunderte Milliarden neue Euros zu den bestehenden alten Euros hinzugefügt werden. Es werde halt, wir haben es erlebt bei den Sonderschulen zur Bundeswehr, beim Corona-Wiederaufbaufonds, bei diversen Klimafonds, die Wertmessung in Euro, die Wertmessung in Euro ist, als ob man mit einem Gummiband die Länge misst. Einfach nur grotesk. Folgerichtig hat der Euro seit Bestehen gegen Gold 80 Prozent seines Wertes verloren. Das ist Ihre Erfolgsgeschichte, Herr Zimmermann. Ich wiederhole, 80 Prozent Wertverlust, das ist eine Katastrophe für die Sparer. Für alle, die meinen, eine Währung mit Bindung an natürliche Ressourcen sei nicht praktikabel, in diesem Schein ist Gold für etwa zwei Euro drin. In diesem Schein ist Gold für etwa 100 Euro drin. Beide Scheine kann man verwenden wie Bargeld. Wir alle wissen, Bargeld ist gedruckte Freiheit. Vielen Dank. Frau Präsidentin! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ein eigenes europäisches Bezahlsystem aufbauen zu wollen, ist zweifellos ein Projekt mit besonderer Tragweite. Wir dürfen nicht übersehen, dass der digitale Euro den weitreichendsten Eingriff in unser Währungssystem seit der Einführung des Euro vor über 20 Jahren darstellen würde. Ohne Legitimation auf nationaler parlamentarischer Ebene kann von einem ordentlichen parlamentarischen Verfahren kaum die Rede sein. Es ist für mich auch inakzeptabel, wenn der Deutsche Bundestag keine Mitspracherechte bei der Entscheidung über die Einführung und Gestaltung des digitalen Euros hätte. Eine einfache Stellungnahme von uns, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist zu wenig. Dass diese Debatte in den Deutschen Bundestag gehört, in die Mitte der Bevölkerung, das sehen wir an den Aussagen, die wir gerade von einer Rednerin und noch einem Redner gehört haben. Selten, Frau Kollegin, so einen Unsinn gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Also so ein Schmarrn, den Sie gerade in Ihrer Minute von sich gegeben haben, das muss man zuerst einmal schaffen. Da bleibt die echte Spucke weg. Also das sind Verschwörungstheorien, die hier ausgesprochen werden, die jeglicher Grundlage entbehren. Man sollte den Legislativvorschlag der Europäischen Kommission vielleicht mal lesen. Also ich sage ganz ehrlich, ich stehe dem digitalen Euro kritisch positiv entgegen und wir müssen uns darüber unterhalten. Und der digitale Euro muss für die Firmen in unserem Land, muss für die Menschen in unserem Land einen Mehrwert haben. Deshalb muss sich auch das Parlament damit beschäftigen. Und es reicht nicht, irgendwelche Verschwörungstheorien rauszuplaudern. Und ich lese ja den ganzen Unsinn, den Sie von sich geben mit Bargeldabschaffung und so weiter. Genau was anderes steht im Legislativvorschlag nämlich drin. Genau das andere steht drin. Das Bargeld wird gestärkt. Und selbstverständlich ist das Bargeld ein Stück Freiheit. Und das Bargeld soll auch erhalten werden. Bloß wir müssen uns auch so ehrlich sein. Nicht das Parlament, nicht die Politik schafft das Bargeld ab. Das macht jeder ein Stück weit für sich selbst. Wenn er nämlich nur mit Plastikgeld bezahlt, dann wird man am Ende der Tage kein Bargeld mehr annehmen. Also kann ich nur sagen, an jeden, der nur mit Karte bezahlt, könnt ihr machen. Wenn ihr weiter mit Bargeld bezahlen wollt, zahlt auch mit Bargeld. Dann wird das mit Sicherheit auch aufrechterhalten werden. Ich kann Ihnen sagen, die Politik wird Bargeld nicht abschaffen. Und der digitale Euro wird das am Ende der Tage auch nicht tun. Mir ist es wichtig, dass die Diskussion jetzt stattfindet. 43 Prozent der Deutschen haben von dem Begriff digitaler Euro gehört. Es hat unglaubliches Verhetzungspotenzial. Deshalb müssen wir uns darüber unterhalten. Je öfter, umso besser. Und je öfter wir sagen, der digitale Euro schafft das Bargeld nicht ab, umso besser ist es. Aber trotzdem lassen wir auch die Banken mitreden. Denn gerade die Geschäftsbanken sind die, die am Ende der Tage die Verbindung zwischen dem Euro und den Menschen und der Geldbörse herstellen. Deshalb brauchen wir auch die Fachkompetenz der Banken. Ich freue mich auf die weiteren Diskussionen. Dankeschön. 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 Dankeschön.